Das hier ist der Kampfkunstspezialist. Er ist ein Meister beim Besiegen jeder Art von Feind in deiner Toybox. Wenn du auf zukünftige Angriffe und Kämpfe besser vorbereitet sein möchtest, sprich einfach mit ihm. Hast du jetzt Lust auf einen Kampf? Brich die Kiste auf, um zu sehen, was drin ist. Fantastisch! Du bist ein Naturtalent! Wie es scheint, benötigt der Kampfkunstspezialist eine Hilfe bei etwas anderem. Verhalt diesen Moment in Erinnerung. Gut gemacht! Heb die Energiequelle auf und trag sie zum Kampfkunstspezialisten. Du hast das Kampfabenteuer-Portal für den Kampfkunstspezialisten. Wenn du deine Kampffähigkeiten unter Beweis stellen möchtest, erwartet dich eine grenzenlose Armee an gespannt wartenden Feinden gleich hinter diesem Portal. Fein! Das hier ist der Design-Spezialist. Er weiß alles über das Bauen in der Toybox. Er hat für dich das Gebäude und das Logikportal freigeschaltet. Um mehr über das Bauen in der Toybox zu erfahren oder um eine bauliche Herausforderung anzunehmen, betritt einfach das Gebäude und Logikportal. Das hier ist der Base-Spezialist. Er weiß alles über Disney-Infinity-Figuren, Bonusmünzen und andere Dinge, die du auf die Disney-Infinity-Base legen kannst. Wenn du noch Fragen zur Nutzen bei Disney-Infinity-Base hast, frag einfach ihn. Das ist die Frage. Also, das ist das Bauen. Das ist das Ding, die Geräusche. Das ist die Frage. Das ist das Ding, die Geräusche. Das ist das Ding, die Geräusche. Ich weiß nicht, warum das hier ist. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. Oh, okay. 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 Oh, okay.